Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom kleinen Drechsler. Und heute mal was ganz Besonderes, weil heute kann ich endlich meinen neuen großen Kipper abholen. Die, die mir auf Instagram folgen, wissen vielleicht schon ein bisschen mehr, aber jetzt nochmal für alle andere. Ich tue ja auch so Garten- und Landschaftsbau, Baggern und sowas, eben so kleinere Sachen machen, Baggerservice. Und wenn man dann eben öfters Schotter oder Humus oder Bodenaushub transportieren will, dann braucht man natürlich einen Hänger mit ein bisschen mehr Zuladung. Weil so eine Tonne hat man schnell überladen. Und ein Kipper soll das natürlich auch sein, weil ansonsten muss man alles, was man irgendwo bei jemandem rausbaggert, selber von Hand wieder runterschaufeln. Macht ja keinen Sinn. Und deswegen war die Überlegung, ob ich mir für meinen Lada einen Kipper kaufe. Aber der darf ja bloß 1,5 Tonnen ziehen, beziehungsweise man kann ihn auf 1,9 Tonnen auflasten. Aber dann tut er sich schon beim Anfahren ein bisschen schwer, weil der erste Gang ohne Untersetzung ist recht lang übersetzt und da kommt man immer fast nicht weg. Und deswegen habe ich mir ja hier meinen Ranger gekauft, eigentlich bloß zum Anhänger ziehen. Und der darf ja 3,5 Tonnen ziehen, also kann man da einen ganz schönen Anhänger hinten hinhängen. Und somit sollte der Hänger natürlich erstens möglichst viel Zuladung haben, dann eben auch noch Rampen, dass man eben mit dem Bagger rauffahren kann. Und natürlich ein Kipper sollte es sein. Aber jetzt genug geschwätzt, der Hänger ist jetzt endlich fertig gebaut und somit kann ich den jetzt heute abholen. Also würde ich mal sagen, laden wir mal noch einen Ranger voll und fahren da mal hin. So, wir sind jetzt hier so circa eine Stunde nach Bad Wurzach zum Zicke fahren. Ja, und dann schauen wir mal nach dem Anhänger. Oh, wie steht das? Ja, ich hoffe, ich werde gerne. Na, ich höre. Genau, es geht ein wenig. Dann müssen wir diez被zehren verteilen. Musik Jetzt verlieren wir. Musik 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 Ja, also ihr seht, das hier ist das gute Stück. Ein 3,5 Tonnen Anhänger, 3 Seitenkipper und auch noch mit Bordwanderhöhung. Weil ich war hier vor 8 Wochen jetzt schon mal beim SICK und da habe ich mir eben hier den Anhänger zusammen konfiguriert. Ja, und die ganzen Anhänger werden hier eben direkt in Bad Wurzach selber hergestellt von Hand. Also wirklich alles, die Bleche zuerst ausleisten, dann abkanten und zusammenbauen und alles geschieht, alles hier und von Hand. Weil das Erste, was vielleicht auffällt, der ist ziemlich tief. Also der ist nicht arg viel höher wie mein alter Anhänger, weil das war mir eben wichtig, gerade weil ich da eben mit meinem kleinen Bagger drauf lade oder eben auch was von Hand drauf lade, finde ich eben so eine niedrige Ladefläche doch ganz geschickt. Deswegen habe ich mir den jetzt hier einfach mit niedriger oder mit kleiner Bereifung genommen. Dadurch ist der jetzt schön niedrig. Und vor allem auch mit den hohen Bordwänden, das hier sind ja 350 mm Bordwände plus dann eben hier nochmal 700 mm Bordwandaufsätze, komme ich eben immer noch so rein. Also wenn man dann irgendwas aufladen will, geht das so prima. Aber nochmal eine Besonderheit, man kann den Aufsatz sich eben hier auch so von oben runterklappen. Insofern geil, wenn man dann irgendwie reißig Äste oder so von Hand auf legt, hat man hier eben trotzdem noch eine niedrige Ladekante oder kann hier eben auch mit dem Bagger oder so aufladen, ohne eben über eine hohe Bordwand drüber zu müssen. Und wenn man dann voll hat, klappt man wieder rauf und hat dann hier seine hohe Bordwand. Und der Hänger hat dann ja auch so circa 1,70 m Höhe. Insofern, wenn man da dann zum Beispiel reißig oder so rein tut und das dann auch irgendwie zusammenschneiden will oder so, und man muss da reinsteigen, hat man hier auch gleich noch eine Leiter, sodass man hier dann auch entspannt reinkommt. Und es ist eben auch ein elektrischer Kipper. Insofern kann man dann entweder hier über die Fernbedienung das Ganze kippen. Oder nochmal eine Besonderheit, man kann den auch per Smartphone kippen. Und insofern hat man dann keine extra Funkfernbedienung, könnte man auch nehmen. Aber so hat man die Fernbedienung eben immer in der Tasche und kann dann eben kippen. Einfach mit dem Handy. Und eben auch ein extra 5-stufiger Kippzylinder statt den normalen 4-stufigen, sodass man dann eben hier auch nur einen Kippwinkel von über 45 Grad hat. Ja, also so gekippt sieht er dann auf jeden Fall ziemlich mächtig aus. Hier sieht man dann auch nochmal die Unterkonstruktion, alles schön stabil. Und hier unten hat man dann eben auch Auffahrrampen unter der Ladefläche verstaut. Insofern muss man die nicht irgendwie oben auf dem Anhänger mit transportieren und dann immer noch irgendwie festgurten oder so, sondern kann die sich einfach unter der Ladefläche rausziehen. Und zum an die Auffahrrampen hinkommen, hat man da hier hinten einfach eine Klappe. Die macht man sich auf. Und dann hat man da drunter seine Alurampen verstaut. Und ihr seht, man hat ja auch relativ viel Platz. Der Hänger hat in so eine Breite von circa 1,80 und eine Länge von circa 3,25. Und die Ladefläche ist eben sogar noch konisch, also ist hinten 5 Zentimeter breiter. Insofern, wenn da eben dann sein Sach runterrutscht beim Kippen, verkeilt es eben nicht, weil es hinten eben noch ein bisschen breiter ist. Und hier oben auf der Bordwende hat man eben hier auch noch so Schienen drauf, wo man dann eben einmal was verzurren kann oder eben hier auch so eine Sperrstange noch einhängen. Und macht das Ganze natürlich auch nochmal deutlich robuster, weil ihr kennt es ja auch auf der Bordwand, da kommt man dann doch irgendwie öfters mal irgendwie mit der Baggerschaufel, da hat man da vielleicht mal berührt oder so. Und wenn man dann hier oben drauf natürlich noch so eine Stahlschiene hat, macht das Ganze einfach nochmal stabiler. Und hier sind dann eben auch die Zorösen drin, die kann man dann hier einfach so rausklappen. Und insofern, wenn man die dann gerade nicht gebraucht, steht dann nichts drüber raus, weil oftmals hat man dann ja eben, war bei meinem alten Anhänger auch, dass man eben hier die Zoröse so ein bisschen rausgeschaut hat und gerade wenn man dann mit dem Gabelstapler auf- oder abgeladen hat, ist man da eben schon ab und zu mal dran hängen geblieben. Aber hier hat man das Problem nicht, weil eben einfach nichts drüber raussteht. Und natürlich auch, wenn man hier dann Humus oder Schorder oder so drauf hat, füllt es auch nichts irgendwie mit Schorder auf, weil es hier ja keine großen Löcher hat oder so für die Zorösen. Und wenn man dann eben hier die eine Schraube rausmacht, dann kann man eben hier oben die Eckrunge auch noch wegmachen und hat dann eben somit einen niedrigen Hänger. Weil ich brauche ja auch nicht immer die hohen Bordwanderhöhungen, gerade wenn man jetzt baggert oder so, da ist das dann halt vielleicht auch gerade eher im Weg. Aber dann kann man das hier eben einfach wegmachen und hat dann eben einen niedrigen Hänger. Aber wenn man dann irgendwie Brennholz ausliefern muss oder irgendwie reißig fahren muss, transportieren oder so, dann hat man eben trotzdem das riesige Ladevolumen. Weil da bringt man, glaube ich, sechs Kubikmeter rein. Also ganz schön viel. Und dann hier nochmal eine Besonderheit bei der Bordwände, weil die haben hier eben das SIG Mammutprofil. Das bedeutet einfach, dass sie eben einfach innen nochmal erstens feiner unterteilt haben, mehr so Querverstrebung haben und eben auch oben an den Ecken dann noch dicker sind und somit eben einfach im Ganzen deutlich robuster. Weil gerade bei einem Kipper, da muss ja so eine Bordwand schon viel mitmachen. Wenn man da eben abkippt, dann geht eben von der Seite da ja auch das, was man runterkippt, flotzt da ja noch. Und insofern muss die eben ganz schön was aushalten und auch ein bisschen wahrscheinlich das eine oder andere Mal leiden. Aber so hat man eben doch dann nochmal eine extra Sicherheit, dass die eben lang hebt. Und der kann ja natürlich auch seitlich kippen. Und wenn man dann eben hinten irgendwas mit den Rampen rauf fahren will, braucht man natürlich hier auch noch so Abstellstützen und die kann man sich dann hier einfach runterlassen und dann zieht es eben nicht so arg an der Anhängerkupplung, wenn es der Hänger da eben hinten runter drückt. Also Herr Rau, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und viel Freude mit Ihrem Anhänger. Vielen Dank. Allzeit gute Karte und ich freue mich schon auf den zum Testen. Herz und Nieren auf jeden Fall. Ja, also dann auch nochmal an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an die Firma SICK, dass ich eben mit Ihnen zusammenarbeiten kann und eben somit die Möglichkeit habe, hier mit so einem Hänger zu arbeiten. Weil das ist ja auf jeden Fall ein Profi-Hänger, also wirklich für Leute, wo mit dem jeden Tag den ganzen Tag arbeiten und das für viele, viele Jahrzehnte. Und deswegen eben den robustesten und stabilsten Hänger möchten, wo man eben so bekommt. Weil das hier sieht man, auf jeden Fall ist kein Hobby-Anhänger für einmal im Jahr in den Wald fahren, sondern das ist auf jeden Fall was richtig Gescheites. Ja, also wenn ihr mal auf der Suche nach einem Hänger seid, schaut mal bei SICK vorbei, weil die haben wirklich eine unglaubliche Auswahl Anhänger, eben wirklich alles vom kleinen, ungebremsten Einachser, über Kipper, über Hochlader, über Maschinentransporter, über Viehanhänger, also alles, was das Herz begehrt. Und man bekommt die ganzen Features, wo ich jetzt eben hier an dem großen Anhänger habe, natürlich auch an so einem kleinen Einachser-Anhänger, also alles vom Kipper über eben hier die Zurschienen, über abklappbare Bordwände, über hier die Sperrstangen, also alles, was man eben für so einen großen kriegt, bekommt man eben zumindest meist auch eben für so einen kleinen. Musik So, wir sind jetzt zu Hause angekommen, haben noch schnell einen Zwetschgenkuchen gegessen. Ja, aber so hat das jetzt alles echt top funktioniert, was vielleicht auch noch ganz interessant ist zum Verbrauch, weil runter wird es, also ohne Hänger haben wir jetzt so 9,6 Liter gebraucht und jetzt mit dem Hänger wieder rauf waren es jetzt so 10,8, also war jetzt so circa ein Liter mehr. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch so langsam zu dem Ende von dem Video. Wir gehen jetzt nochmal schnell in den Wald, tun vielleicht nochmal ein bisschen Brennholz holen, weil da ist jetzt eben die Saison und da haben wir jetzt immer noch auf den neuen Anhänger gewartet. Aber das gibt natürlich nochmal ein extra Video und deswegen würde ich sagen, ich hoffe euch hat das Video gefallen und ihr findet den Hänger genauso cool wie ich ihn finde. Und damit bis zum nächsten Video. Tschüss!